Ziehen Sie die Lösung durch Aspiration auf. Ziehen Sie dabei auch etwas Luft mit auf, damit keine Flüssigkeit in der Aufziekanüle verbleibt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Übernehmen Sie die Herzdruckmassage. 1, 2, 3, atmen. Super! Lassen Sie uns direkt mit dem Benennen der Knochenpartien weitermachen. 1, 2, 3, atmen. 2, 3, atmen. 2, 3, atmen.